Die Geist aufgegeben, ruft man Sanitäter. Sonst alles klar? Ja, alles super. Was redest du da? Du hast um meinen Arsch geschossen, Mike. Angefasst deinen Arsch? Nicht angefasst, angeschossen. In deinen Arsch? Ja, ich bin doch nix schwul, Markus. Das warst du. Das war ich nix. Das riecht wie verbrannte Chiboba. Ey, Mike, drück doch einen kleinen feuchten Kuss drauf. Das hilft immer. Ja, genau. Tu einfach so, als wären wir nicht da. Du bist eine schwule Franzose, Brennonen. Mach doch nicht immer auf Rassist, Mann. Arme Sau. Hätte ich getroffen, Herr Mieter, du könntest nie wieder auf Toilette gehen. Die sind wütend. Und das ist gut so. Ja, ich bin wütend. Weißt du, was meine Frau Sabile gemacht hat? Sie hat meine Box an Schuhe mit Unterschrift von Mike Tyson in die Waschmaschine gesteckt und jetzt sind kaputt. Gut. Ich möchte, dass sie sagen, ich bin wütend. Und das ist gut so. Ich kanalisiere meinen Zorn. Ich hab mich sehr lieb. Wusa. Was redest du für eine Scheiße, Mann? Sie wissen genau, was für eine Scheiße ich quatsche. Hat der Doktor schon eine Spritze in seiner Hand, Mike? Markus, du hast eine Kugel in deiner Arsch. Du brauchst eine Spritze und dann eine Operation. Du weißt, ich habe Angst vor Spritze. Er ist bodol. Dieser Mann ist verrückt. Blum. Blum. Das ist eine Donat. Hat mir gegeben der Doktor. Das ist wie eine Kieße. Du musst dich einfach darauf setzen, wenn du kaken gehen willst. Ganz einfach. Dankeschön. Markus, Entschuldigung nochmal, dass ich geschossen habe. Du hast so gesagt, der Doktor hat keine Spritze. Dann hat er die Spritze in meinen Arsch gesteckt. Ja, das hat er. Ist das Skurte? Das ist Skurte. Das ist meine Schwester. Hey, Mike. Hey, Adi, ich hatte einen Hund. Hey, du gibst mir den Ball. Ich bin Michael Jordan. Sabile wird mich umbringen, wenn ihr was kaputt macht. Mike. Nein, nein, Skurte. Markus hat gerade viele Probleme. Und dann habe ich ihn aus Versehen bei einem Auftrag in seine Arsch geschossen. Mike, was ist schon dabei? Wir mögen uns. Ich schenke ihm jetzt rein Wein ein. Das ist mir zu blöd. Oh, und jetzt willst du trinken Alkohol? Trinkst du lieber eine Caprizone? Und Markus will eine Fond. Das ist ein Lieblingsgetränk. Mike, er ist mein Bruder. Okay? Hab keine Angst. Nur Mut, großer. Hey, ich habe vor niemandem Angst. Nur vor meiner Mutter. Hey, Markus. Du musst meine Schwester sofort heiraten. Was redest du? Und singen wird Meda auf Hochzeit. Okay? Warum Meda? Er ist der Beste. Nimmst du Drogen? Sabri Faisaló ist viel besser. Hochzeit ist dieses Jahr. Wer singt jetzt besser? Oh, Markus. Kannst du schwimmen mit deiner kaputten Arsch? Oh, mein Telefon. Hallo, Chef. Wie geht's? Meda wird singen. Meda wird singen. Wir sind sofort da, Chef. Hey, Markus. Das war unser Chef. Wir haben einen neuen Auftrag. Wir müssen festnehmen eine Gangster. Jo, Leute. Was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Freunde, eine ganz neue Wenn... ...Albaner wäre Serie. Die Bad Boys. Wenn Bad Boys ein albanischer Film wäre. Freunde, ganz wichtig. Wir benutzen wieder euren Namen. Liken nicht vergessen. Kommentieren mit eurem Namen. Und Glocke aktivieren. Schreibt euren Namen so viel ihr könnt in die Kommentare. Und vielleicht ist euer Name bei nächster Folge dabei. Checkt unseren Merch ab. Kleiner so sagt. Auf Wodendigdeutsche Pass. Alles ist da. Link in der Beschreibung. Akten. Kommentieren. Scharnieren. Reparieren. Nichts vergessen.